Was ist ein Hemifacial-Krampf? Ein hemifacialer Spasmus ist eine unkontrollierbare Kontraktion oder ein Muskelzucken auf einer Seite des Gesichts einer Person. Es handelt sich dabei um eine neuromuskuläre Störung, die durch Gesichtstraumata, komprimierte Nerven, Krebs oder eine zugrunde liegende Erkrankung wie Multiple Sklerose entstehen kann. Ein hemifacialer Spasmus beginnt typischerweise in einem isolierten Bereich wie dem Augenlid und breitet sich im Laufe der Zeit über eine Gesichtsseite aus, wenn er nicht behandelt wird. Ärzte können Muskelrelaxantien verschreiben, Muskelnbutulinumtoxin injizieren oder eine invasive Operation durchführen, um die Gesichtsnerven zu entlasten. Patienten, die behandelt werden, werden normalerweise sofort von einigen oder allen Symptomen befreit, obwohl viele Patienten eine fortlaufende Behandlung benötigen, um wiederkehrende Spasmus zu unterdrücken. Die meisten Fälle von hemifacialen Spasmien entstehen, wenn Blutgefäße gegen die Gesichtsnerven gedrückt werden. Dies kann sowohl die Funktionalität eines Nervs beeinflussen als auch dazu führen, dass er sich unwillkürlich zusammenzieht. Ein hemifacialer Spasmus kann jedem passieren, obwohl er am häufigsten bei älteren Bürgern und Personen auftritt, die eine Verletzung an Gesicht, Kopf oder Hirnstamm erlitten haben. Gelegentlich kann ein Tumor den Gesichtsnerv komprimieren und zu Krämpfen führen. Personen mit bestimmten neurologischen Störungen wie Multiple Sklerose neigen auch zu Zuckungen und Ticks, die auf das Gesicht beschränkt sein können oder nicht. Ein hemifacial Krampf beginnt im Allgemeinen in einem einzelnen Muskel, meistens im Augenlid. Es kann zu unregelmäßigen Zuckungen führen und das Auge unvorbasierbar zu drücken. Mit der Zeit kann es sich im Gesicht ausbreiten und schließlich die Muskeln beeinträchtigen, die die Mundbewegung steuern. Viele Menschen, die an fortgeschrittenen hemifacialen Spasmien leiden, leiden unter häufigen Ticks, die ihre Sprache und ihr Sehvermögen erheblich beeinträchtigen. Normalerweise ist es für einen ausgebildeten Arzt leicht, einen hemifacialen Spasmus zu erkennen, obwohl es schwieriger sein kann, die Ursache zu bestimmen. Ein Arzt kann eine Magnetresonanzbildgebungsmaschine verwenden, um nach Tumoren oder anderen sichtbaren Anomalien zu suchen, und ein Elektromiogramm, um andere neurologische Probleme aufzudecken. Ein Elektromiogramm ist eine kleine Präzisionsnadel, die in einen Gesichtsmuskel eingeführt wird, um die elektrische Aktivität zu erfassen und unregelmäßige Krämpfe zu erkennen. Die Behandlung eines wiederkehrenden hemifacialen Spasmus kann in Form von verschreibungspflichtigen oralen Medikamenten, Botulinumtoxin-Injektionen oder Operationen erfolgen. Personen mit leichten oder seltenen Krämpfen können von der Einnahme von Muskelrelaxantien profitieren, obwohl die Ärzte vor einer langfristigen Verbindung dieser potenziell süchtig machenden Medikamente warnen. Die meisten Personen erhalten lokale Injektionen von Botulinumtoxin, um die Muskeln über einen Zeitraum von bis zu acht Monaten effektiv zu lähmen. Wenn Medikamente und Injektionen unwirksam sind oder Krämpfe schwerwiegende Auswirkungen haben, muss ein Patient möglicherweise einen chirurgischen Eingriff durchführen, der als mikrovaskuläre Dekompression bezeichnet wird, um die Blutgefäße zu bewegen und den Druck auf den Gesichtsnerv zu verringern.